So ein Spießer, hast du noch was? Ihr seid total so leise, ihr müsst mehr erzählen, ich will nicht selber reden müssen. Doch, ich bin immer, okay. Ja, ich hab' immer essen, das habt ihr heute zum Mittag gegessen. Ich hab' heute zum Mittag, ganz lecker, ich weiß es nicht mehr gegessen. Ich hab' heute Fisch gegessen. Äußerst angenehm. Lebendig. Ja, oh. Ja, den hab' ich ohne Arme gefangen. Oh, ich hab' die Kicken und Nuggets hab' ich zum Mittag gegessen. Gut, wir verlieren. Oh, okay. Nein, tun wir nichts. Okay, tun wir. Nee, ich leb' noch. Tun sie nicht. Wie ist denn das jetzt passiert, die auf den Punkt gekommen sind? Wir haben Roman, wir haben Hitman und Walken, die Sache, das reicht zum Gewinn. Wer ist denn dafür, dass wir Geyser kicken? Geyser? Tut mir gefallen. Nicht gegen Wailer. Haben wir was getan? Nee, aber wir wollen joinen. Nee, sind dafür, dass wir Bitbeef kicken. Nee, wir wollen eine andere Map kriegen. Oder eine andere Map. Unbedingt. Nicht schon wieder Dust Bowl. Ja, Dust Bowl ist so Standard. Okay. Ich bin mein Riven, deine Zuschauer wollen doch mal was Innovatives sehen. Oh Gott! Und was wäre in und ab innovativ? Warte, dann kann man sprechen. Oh Gott! Genau, eine voll locker, flockig, krasse Map. Ich bin mit der hier. Ich bin mit der Map-Word geht. Stopp, das ist zu viel verlangt. Wie wär's mit Mario Kart? Ja, Mario Kart. Würde ich mir auch schon vorschlagen, das kam mir so dumm vor. Gibt's auch als Map? Ist hier aber, glaub ich, nicht drauf. Ich hab so viel Werbung auf den Map. Wir haben alle gegen Code King. Keine Ahnung, ob der Wund jetzt geklappt hat, vermutlich nicht. Dann nicht. Mhm. Wir müssen immer gegen Code King haben. Aua. Das wäre nicht nötig. Juhu, Grits. Äh. Yes. Prost. Das ist peinlich. Ich hab den Punkt eingenommen. Ja, ich bin nicht da. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Bin nicht da. Das war gut. Du weißt zwar nicht, wie du dir die Dinger gehört hast. Ich kam von hinten. Ne, ich bin einfach durch die Mitte in der Schluck durchgegangen. Keiner hat's gemerkt. Dann haben sie so einen Punkt gesagt. Ha, mein, der Derfer wieder. Der Block dahinter. Ja. Uh, dass ich so langsam bin. Ich muss heute im Arsch. Okay, das war Spur. Guck mal, wer zu Map vor geht. Ja, Map vor. Zuvor. Mapcode. Biene. Oh, die Dominierung. Dann hält mich auf. Noch ne Domination. Hätt wirklich keiner auf. Du, 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 du. So, Derfer ist down. Vor allem Dörfer, ich finde, dass du dich ein bisschen anhörst, wie Wehawk LP vollziehen kennst. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Kennst du die Chainsaw Man 16? Kenn ich auch nicht. Du brauchst mich hier nicht mit Namen pflastern, ich kenn keinen. Ja, wir... Und die sind mir auch alle da. Yay, Badlands. Badlands, auch keine Zwerberweimer. Auf jeden Fall hörst du dich so an, wie ein gewisser LPer, der gern Jodel Musik hört, um andere zu ärgern. Jeder hat gern Jodel Musik. Und die Frau aus. Vielleicht bin ich das alles selber. Und, äh, du hast zwei Katzen. So, in Internet... ja, ich hab zwei Katzen. Ja, wirklich? Ja, ja. Ich bin ich das alles selber und... ...und andere Persönlichkeiten von mir. Also, Derfer ist bei einer Identität. Ja. Sowieso. Meine gespaltenen Persönlichkeiten. Also, bist du schizophren? Ja, Fahr. Fein, Fein. Fein, Fein. Bin ich auch hörend... ... aber bssssssssss... Du, mhm, dummes... Du muss... ... du musst nur den Tisch einmal gebrauchen. Ach, shit. Wäääähähähähäähähähähähähähäh. Näääähääh Profix, meint wir sollen mal bitte jemanden kicken? Mein' ich auch. Hier ist doch ein Slot-Frei! Komischerweise ja. Warte mal, irgendwie nicht. Deine Mutter ist ein Slot-Frei. Oh, nachtschulden? Näh, ist ein Schilden. Leider nicht! Oh, doppelte Wache an mir. Einer von euch kann ja mal ein Kick-Word machen, ihr sucht euch jemanden aus. Ja, immer sind wir die Bösen oder was? Man kann ja keine Kick-Words machen. Also ich bin zu Foul. Nee, hier nicht. Frag doch mal, ob irgendwer ein Leften würde. Dann kannst du dich ja bei ihm bedanken. Genau, er bekommt eine Widmung. Genau, er bekommt eine Widmung. Welchen Arme wird erwähnt? Dann sagen wir alle, wie toll er ist und dann... Ach, auch mit random.org. Zahl von 1 bis 16, die ist da jetzt angekickt. Dann dürfen wir aber keine Kondikatorin kicken. Ja, das übersehen wir dann. Das übersehen wir dann. Hier, MS-Fanzo kicken. Danke, Martin. Punkt einnehmen. Da ist auch kein Nachteil, wäre ein Profix hier. Warum? Ist das gut? Der Profix kann manch dann alles. Das könnte durchaus sein. Aber ich sollte vielleicht für das nächste Mal mal wieder Seeker dazu holen. Jetzt haben wir nicht mehr. Oder auch Profix. Oh ja, Seeker ist gut. Oh ja, vielleicht. Ja, jetzt geht's. Seeker ist das alles gut. Ist ja auch ein Jäger. Welcher Wichser baut deine Sentry? Ich. Nicht. Hitman! Marco! Ach nee, der ist bei uns. Hitman Heels! Danke. Ähm, das hätte ich mir vorher überlegen sein. Und... Naja. Dann fängt mich wieder Hannes Muschion. Ey, welcher Wichser baut deine Sentry hin? Die schon weg. Deja Vu? Äh, da unten ist ein neuer. Da ist... Da hab ich nicht so lange. Super, warte mal. Ey, ich werde nicht runterge... Oah! Ich bin da gefallen. Ich billige mich so lange, bis wir Uber haben. Das war ja mal die Random Rocket schlechthin. Eindeutig. Es fällt irgendwo runter und ist einfach tot. Weil da... Gibt's denn mit Wehland, Kylo? Gibt's denn mit Wehland, Kylo? Du verreckst jetzt, ne? Und doch an! Kann jetzt irgendwer... Ups! Warum hast du nicht eingemacht? Ja, keine Ahnung. Oh, wir werden alle sterben. Ich meine, ich bin Ray's Wacker B-Pacedos. Da der Uber. Ich wurde von Wehland-Kabel kritisiert. Er flämt dich, töt ihn. Ja, würd ich nicht. Häftet jetzt irgendwer? Marco Dicci, ja. Deutsch. Ey, jetzt hab ich... Danke. Habe ich nur selbst, wenn ich einen Oberschneider brauche. Ich schlau bin. Hey. Oh, ich schneller Rhythm. Ich lauf schneller als du, du Wichser. Pfff. Der Feuer läuft schneller als ich. Ich weiß, was hier in diesem Team fehlt. Äh, Teamplay? Nein. Ich schlau bin. Wir hatten ein Heavy. Ja genau, wir können ja alle Heavy spielen. Dann gewinnen wir. Hey. Wie hast du das gemacht? Sehr schlau. Ja, wir bräuchten mehr Spieler, die von Call of Duty kommen. Wieso? Wir brauchen mehr Heavys. Das ist alles. Dann haben wir zwei Snappers. Zwei Heavys werden noch viel praktisch. Ich geh gleich Heavy, wenn ich tot bin. Ja. Nein, ich krieg grad nichts mehr tot. Voll. Er verbrennt RZR jetzt. Das war's wert. Ja. Ich glaube nicht, dass er verbrennt. Er nehmt nicht mal dran. Irgendjahr ist ihm in den Leben gelaufen. Marco, der Fehler wurde getötet. Kein Wunder. James spielt auch gerade ganz gut. Zumindest trifft er eine Menge. In den Riven Nerven. Ja, das kriegt echt ne Menge. Wir gehen jetzt mal einfach alle Heavy. Dann gewinnen wir. Hinter mir. Nein, 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 nein. Ich versuch mein Bestes. Bis MSG zu sehen. Oh fuck. Ja, Rache. Wir gehen jetzt mal weiter. Ich muss mich dir nicht mehr tun. Ich bin da nicht mehr. 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 Schwere... Obdachloser Huwi? Ja, auch mit dem hässlichsten Hut ever. Ja, aber dafür lebst du jetzt in Kanada. Obwohl der eine hat einen Weihnachtsbaum, der ist noch hässlicher. Ich mein, so ein Weihnachtsbaum aufkommt, ist so wie ein zitternde Pimmel oder so. Oder nicht. Ja, dein Pimmel hat auch einen Stern vorne dran. Und einen Fingernagel. Nein. Wie sieht der Heavy bescheuert aus, wenn er einen High Five macht? Ja. Jawohl. Pfff. Einen kleinen Moment bitte. Ich möchte jetzt aber einen Uber haben. Und nicht sterben, wenn ich rauskriege. Ja, das mache ich, aber... Das sind ja meine Länder. Oh, 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 oh. Ich sterbe. Der Fatou. Du. Boah, ich hab so viel Spiel. Ich hab die linke Maustaste gedrückt gehalten. Ja, der Erfolg ist schon ein Live-Sbum. Ja, je mehr Heavy, desto mehr gewinnt man. Ja. Wir haben nur zwei, das ist definitiv zu wenig. Bei acht Leuten, ja. Also so 90% soll jetzt schon Heavy sein. Oh, verrücktes Ding. Oh, jemand hat Deck getötet. Ja. Wann bist du sonst Medi? Ey, wo bist du? Nee, ich meine... Weiter vorne. Ja, zwei Heavy's. Wir haben gewonnen. Ich setze meine Karten eher auf Würfen, deswegen kann ich nicht mehr. Dann einfach in die Richtung. Wir haben den Chat, Markus. Komm mal, Lennar, ich versuch mal hier rüber zu kommen. Ich dachte, du wärst schon rüber. Ich hab nicht drauf geahnt, wie ich sie prozent alles rüber. Oh, ein Bersacker. Im Lieben, nein, ich bin nicht drüben. Oh, hi. Nein. One Forest. Boah. Four Kellenor. Aua. Hab'n Pfeil in die Schulter bekommen. Oh, ich weiß mal was für ein Engineer. Ah, ihr hab'n Polycharge. Ist das irgendwie moving? Nein, nee, ich hab'n Pfeil in Charge. Boah. Oh, hi. Nein, BitBeef, es gibt nicht mehr Heavy's. Mach einfach. Wir brauchen mehr Heavy's. Wir brauchen mehr Heavy's. Viel mehr Heavy's. Hoop. Wir sind ja nicht dran, Speed to Play. Die Verlierer machen ihren Mübar an. Danke, Henkel, dass wir den Kling geklautert. Ich hab'n weggefützt. Ich hab'n weggefützt. Nuhuhuhu. Ich hab'n Leben. Nein, wir waren alleine, oder? Oha. Wir waren ziemlich alleine. Wir waren ziemlich alleine. Ich hab'n taget. Ba of Das ist ja neu. But換iaror war clearly?", Herr Opa. Oha. 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 Oh! Oha! Oha. Oha! Oha. Oha. Untertitelung des ZDF, 2020